Wie lebte man höchst angenehm vor 30 Jahren so bequem? Man aß und trank mit frohem Mut, die Preise niedrig, Lohn war gut. Kaffee, Schuhe, Schinken, Brot, ganz billig war's und ohne Not. Da konnte selbst der kleinste Mann an all die schönen Dinge ran. Dann, nach des Krieges bitteren Stunden, hat man die Marktwirtschaft erfunden. Aus der Retorte, viel bedaft, schuf man die Lehre, wie man rafft. Es wallet, brauset, sieget, zischt, wenn Geldgier sich mit Profit mischt. Mit Erhard Serum, wunderbar, treibt man die Preise Jahr um Jahr. Ja, mit dem Serum Erhardol, da spritzte man die Preise wohl. Ob Kohle, Schinken, Brot, ob Schuh, Preisanstieg folgte drauf im Nu. Seit Jahren schon geht's Stammte P mit allen Preisen in die Höhe. Der kleine Mann mit kargem Lohn hängt hinterher seit langem schon. Was früher billig, preiswert war, war's teurer nun von Jahr zu Jahr. Hau ruck! Hau ruck! Oh, Jammergraus! Die Teuerung wächst sich weiter aus. Nun, der Verbraucher endlich weiß, bei Erhard zahlt man Überpreis. Und man beschließt, verkühlte Magen, Herrn Erhard einmal selbst zu fragen. In seinem Amt rollt er vom Pult. Ihr seid da schließlich selber schuld. Nehmt Erhardol, den Zaubertrank. Ne, ne, mein lieber besten Dank. Ihr Erhardol, das blaue Wunder, treibt Preise hoch und niemals runter. War das dabei seit letzter Schluss. Zum Glück kommt jetzt Freund Kritikus. Seht hier, ihr Leute, sein Tier aus Besen hilft gegen hohes Preis und Besen. Er will, dass auch der kleine Mann sich wieder alles leisten kann. Die SPD schafft dies Vertrauen. Ein jeder kann drum auf sie bauen. Und jetzt zur Wahl, seid alle schlauer, nur SPD und Ollenhauer.